Herzlich Willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World und ich geh ganz schnell in 4-2 rein! Lakitus im Loch, denn Lou will mich essen. Was? Malz? Nein. Ich will's ja nicht essen. Om nom nom. Lakitus. Die Werbung für Let's Player nervt. Schaut die LPL von Domi. Oh, schön. Oh nein, es scrollt. Wir haben am Anfang noch gelobt, dass keine Scrolling-Leggie unten lang geht. Oh, okay. Oh du. Geh nicht unten lang. Du hast meinen Pfad blockiert. Ja, das Spezial Level war doch auch Scrolling. Ja, aber das ist ja noch okay, aber jetzt kommen wir auch noch. Oh nein, der Lakitu. Fuck. Gott, du bist im Wild. Ich weiß. Oh. Oh, nicht drauf. Nicht drauf, nicht drauf. Schnell runter. Oh. Bin hängen geblieben. Bin hängen geblieben. Nein. Schatz, in das Loch geht das vorhanden ist. Nein. Ich will keine vorgefertigten Löcher, okay? Ich mach mein eigenes Loch. Möchtest selbst einfädeln und so? Hatten wir ja schon. Ja, ja. Das haben die Leute aber noch nicht gehört. Ja. Einfädeln. Oh Gott, ich hab aus Versehen Lakitu getötet. So, warte. Aha. Ich warte. Dann müssen wir jetzt schnell sein. Ja. Ja. Lauf. Du wirfst ja nichts drauf. Ich weiß nicht, ob das auf Gegner reagiert. Der kann so ziehen. Ich hab, ich hab nix. Der, geh weg. Gott, der Stress. Oh. Ich hab was. Ob da. Ja, es tut mir leid, aber. Oh. Shit. Jetzt wird's aber eng hier. Goddammit. Ah, hier steht man kurz. Oh, Gott sei Dank. Hätte ich nicht so gepanigt, wenn ich das gewusst hätte. Warte. Ist hier noch irgendwo was versteckt? Kann der mal aufhören damit? Du gehst mir auf die Nüsse. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Können wir jetzt durchgehen? Ja. Musik so. So entspannt. Und dabei ist es überhaupt nicht entspannt. Hm. Stampi. Warte. Man kann's doch abbrechen. Ja, aber. Nicht sofort. Warum machst du zwei und nicht nur eins? Weil ich richtig stehe. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Siehst du, wenn du zwei Schwammen wegmachst. Lol. Den hätte ich verpasst, glaube ich. Was ist hier oben? Achso. Oh Gott. Fall nicht da runter. Ähm. Ich schaff's grad wieder mal nicht. Ist okay. Ich bin fertig. Oh, aber jetzt bin ich oben. Mano. Ah, oh, 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 oh. Ah, ob hier was drin ist? Hm. Also ich stopp immer brav. Ja, ich hab's versucht, aber es ist nicht so einfach. So, warte mal. Ah, warte mal, man muss auf den Lakitu springen. Okay. So. You did it. Good job. Oh. Hallo? Wenigstens Sonne? Nicht mal. Nope. Enttäuschend. Alles so Stempel. Oh, war ein Stempel, oder? Ja, Stempel waren drin, aber da hätte ich eine Sonne erwartet oder ein Knäuel. Stempel sind auch wichtig. Stopp. Ich schläft da so. Wobei. Ist da was? Gott. Ich hab ne Treppe gebaut. Nee, da ist nix. Da ist was. Da ist was. Nicht. Bist du wahnsinnig. Gut, dass du auf mir gelandet bist. Oh nein. Okay, links geht auch. Nicht in die Tür. Okay. Ja. Geh mal. Geh mal. Oh, wei, oh wei. Zum Glück ist nicht das ganze Level Scrolling. Wir haben das auch noch verpasst. Gott. Dammit. Wir werden nachlässig. Aber warum waren wir am Anfang immer so gut? Wir waren mal so gut. Wir haben nur mal keine Herzen. Oh nein. Oh nein. Oh nein, da muss man. Oh nein, da muss man. Oh nein, da muss man. Ja. Nein, nein, nein. Stopp. Ich schaff das noch. Renn. Ab's es. What? Dich wurde zerquetscht. You died. I died too. Sehr gut. We did it. We did it, boys. Hey. Stress nicht. Dich, was machst du da? Oh Gott, das ist jetzt keine Zeit, das zu tun. Oh Gott. Äh, da lang. Hol es. Nein. Zu viel Panik. Ähm. M, 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 M. Da rüber. Gott damn it. Mach da rechts. Äh, ja doch, rechts ist das. Oh shit. Bleib hier, warte. Oh Gott. Achso, mach mal. Nicht in die Tür. Okay. Hier ist von der Pro noch was. Irgendwas ist hier noch. Irgendwas ist hier noch. Hier muss doch was sein. What the fuck? Hier ist nix. Kannst du dir erzählen, dass hier nix ist? Hier ist nix. Lol. Ha. Lol. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Warte, warte. Ja, das war so wirscht. Oh wei, so viel Käse. Eine Tür. So viel Käse. Aha. Geh mal in die Tür? Ja, aber... Die war versteckt. Ja, ist ein Bonuslevel, also so ein Ding. Lol. Ja, und ist auch was. Oh, das war das falsche Ei. Ja, aber die haben mich genommen. Und jetzt? Oh. Bin ich da reingegangen? Ja, weiter unten gibt es bestimmt noch eine Tür. Das kann sein. Irgendwo im Käse. Into the cheese. Ja, dann geh raus. In the world of cheese. We never know where the door is. Ich bin immer noch dafür, dass das kein Käse ist. Das ist Käse. Aber die Zuschauer sind dann wieder auf deiner Seite. Genau wie bei den doofen Geisterfischen. Hä? Das sind Geister. Danke. Fische. Meine Eier liegen da unten. Was passiert hier gerade? Können wir runtergehen, bitte? Okay, ganz ruhig. Wo sind meine Eier? Meine Eier sind weg. Ich habe keine Eier mehr. Könntest du hier mal drücken? Ja, geh mal weg da. So was. Hier ist noch eine Tür. Kann ich erst da hin? Kannst du mir da mal so? Ich mache es selbst. Da unten ist ein Dingsi. Steinis. Warte, ich hole die Steinis. Ja, pass auf. Nicht, dass du den Eingang kaputt machst. Soll ich reingehen? Warte. Oh Gott. Nicht den Eingang kaputt machen. Achso. Ja, da geht es doch ein bisschen weiter. Und jetzt geh rein. Oh nein. Oh Gott. Ja, war doch okay. Niemals. Okay. Was denn? Wir haben alle Wollknäuble. Das ist gut. Außer die Blume. Was bleiben Sie? Wir werden sie nie treffen. Bleiben Sie? Goddammit. Gott. Hab ich ihn getötet? Ja. Das war Skill. Mit mir hast du ihn getötet. War gut. War so gedacht. Er ist hoch? Oder? Oh, stehe ja hoch. Hilfe. Warte. Ah nee, das ist der Rückweg. Lol. Nie macht sie mit. Hä? Nie macht sie mit. Hä? Hallo. Oh. Ähm. Schieß mal, da. Oh. Hier auch. Oh Gott. Was denn? Da hoch, ne? Ja. Ich dachte, ich wäre gestorben, weil ich hochgeschossen wurde. Ich sehe das Ende. Oh nein, das fällt runter, das fällt runter, das fällt runter. Ach so. I get it. War es auch so? Naja, ich habe es erst nicht gerafft, was hier das Problem ist. Du hast es nicht gerafft? Ja, ich habe es nicht gerafft. What the fuck? Ich habe gesagt, das fällt runter. Wo soll das kommen? Ja, ich weiß. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass da kein Boden ist irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Wenn es dann runterliegt, dann wäre doch witzlos. Ja eben, deshalb war ich ja von mir. Hauen wir so viel Zeug, was fehlt. Ich habe wieder viel zu tun. Oder, Lu? Okay. Diese Lakitos nerven. Ihr seid immer viel zu schnell gestresst. So wie Lu. Aber du. Aber du. Ich komme damit klar. Du warst genauso gestresst. Ich komme damit klar. Lüg nicht. Ist das ein Lakitu? Ja. Echt? Das ist ein Lakitu. Aber... Will ich da nicht rot? Die Hose ist die Wolke. Ach so. Hey. Jetzt, wenn ich weiß, was Lu gleich ist. Ja dann. Flussverdross. Oh nein. Das klingt schon wieder nach Scrolling. Wollen wir uns jetzt mit Scrolling zuballern? Weißt du, am Anfang, die ersten drei Welten, hast du nicht ein Level Scrolling gehabt. Außer das S-Level. Nicht dieser Fisch. Nicht dieser Fisch. Nein! Nicht der Fisch. Oh bitte, nicht der Fisch. Der Fisch? Nein. Größer Fisch? Lach nicht. Es ist der Fisch. Es ist der Fisch. Wieso ist dein Mund nicht aus... Oh Gott. Warum ist der so groß? Yoshi's Island war der nie so groß. Oh Gott. Oh! Ich bin zwischen die Strecke gefallen und komme nicht mehr raus. Du musst nur flattern. Uiuiui. Oh! Oh, ich wusste es. Okay. Komm. Hilfe. Wo bin ich? Bleib einfach stehen. Okay. Warte. Will Ei haben. Oh, der Fisch. Nein. Das ist ein Katzenfisch, der zu Schnur haben. Ja. Was ist euer? Passt schon. Der Fisch. Lauf. Oh Gott. Ich hasse ihn. Er ist aber viel größer als früher. Ja, du musst rollen. Wenn ich mich da drauf stelle, dann rollen wir. Der Fisch. Ah, man kann nicht fesseln. Hab ich dich getroffen? Der Fisch hat mich getroffen. Obwohl ich auf ihm gelandet bin. Geil so. Da lauert er. Oh Gott. Oh Gott. Das war mir nicht bewusst, dass das runterfallen würde. Oh Gott. Nein. Nein. Scheiße. Kann im Wasser keine Eier schmeißen. Geil raus hier. Der Fisch. Der Fisch. Der Fisch. Er kommt. Du Arschloch. Oh. Da kommt der Kitos raus. Was guckst du so? Du siehst knuffig aus mit deinem Eyeliner. Ich bin ja auch knuffig. Im Gegensatz zu dir. Bin ja auch knuffig. Da oben ist was bestimmt. Oh. Leuchter. Da kommt ein Naki-Tuch raus. Oh. Kann man da drüber laufen? Ich weiß nicht mehr, welchen Knopf ich drücken muss gerade. Lol. Oh Gott. Oh. Hey. Ich wollte ihn essen. Ach der Fisch. Ich bin sicher. I'm safe. So. Frau Sauerja. Oh Gott. Ich pass auf, dass der Fisch nicht kommt. Ich schieb Wache. Ich esse die Lackitos. Du schiebst Wache. Oh Gott. Nein. Okay. Weiter geht's. Bleib mal lange stehen bitte. Nein. Ne. Nicht so. Das sieht aus wie ein trauriger Emo. Wenn du so mit dem Lidschatten so. Oh. Das Leben ist so scheiße. Ja. Ist ja. Oh. Ich bin halt tot. Was ist hier? Aha. Oh Gott. Der Fisch kommt. Dich jetzt holen. Ey. Er verkackt. Oh Gott. Das ist ein zweiter Fisch. Gott. Man konnte hier stehen. Oh Gott. Ich bin runtergefallen. Da müssen wir bestimmt drehen. Ja. Toll. Oh Gott. Oh shit. Ich will sicher nicht den Checkpoint machen. Kannst du mal gucken, ob es da unten was gibt? Da bin ich schon reingeplumpst. Da unten rechts. Ich bin da schon mal reingeplumpst. Eigentlich war da nichts. Spring hoch. Ich hol dich. Sieht eher aus wie eine Maus als eine Katze. Ich schaff's hier. Ich richtig nicht. Jetzt hol dich. Okay. Stopp. Nicht reingehen. Hier ist nichts. Sicher? Das war so synchron. Ähm. Was wird da? Du Sau. Ich tatsch mich nicht. Ich hab immer da hin. Wir haben jetzt einen Fisch. Ja. Wir sind mehr, Jungfrauen. Beweg dich wie ein Fisch im Wasser. Drücke Y. Oder drücke Luz-Knopf. B. Komm. B ist der Luz-Knopf. Oh nein. Au. Kommst du bitte? Okay. Ich hab ne Uhr gesammelt. Oh. Wow. Wie man hier springt. Da ist ein Fisch. Scheiße. Meine Nasen sind zu doll. Oh nein. Die Zeit. Scheiße. Scheiße. Da ist ne Uhr. Da. Komm. Wie lang man einfach hängt, wenn man... Oh shit. Ja, wenn man erstmal irgendwo dagegen geschwommen ist, dann hängt man erstmal 10 Jahre lang. Oh Gott. Warum ist was? Da ist was. Sollte presst. Oh oh. Oh, meine Nase. Moment. Oh. Oh wei. Okay. Das war mal cool mit dem... Oh nein. Nein! Affen! Affen! Hab ihn! Aua! Wirf hoch! Wirf doch einfach hoch! Hast du dich getroffen, ey! Das verrecken mich! Oh fuck! Nein, er hat mich! Oh Gott! Oh Gott! Komm schnell! Nein! Ich hab's! Warte, warte! Bring doch nicht ihn rein! Er macht das! Ich geh weiter! Der Fisch kommt! Schnell, du musst das Ausrufzeichen da hoch! Ja, 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 ist sehr gut! Oh Gott, ey! Lass sie doch nicht von ihm scheitern! Ich duck mich! Hier oben landen! Oh nein, die Fische! Der Fisch! Ich rette dich! Mach da oben! Oh! Der Fisch von hinten! Oh nein! Kannst du abwerfen, wenn er kommt! Ja! Hier ist ein Wasserfall! Oh wei! Wir werden sterben! Wir werden sterben! Oh nein! Ich sehe nix! Ähm, was passiert? Hat ganz... Oh! Die ganzen Affen! Oh Gott! Nein! Oh! Ich bin voll in die Blume reingesprungen! Sehr gut! Das war gut! Äh... Heieiei! Hast du was zum Werfen? Ne, ich hab nichts zu werfen! Oh! Da hoch, da hoch, da hoch! Ich bin tot! Nicht! Fisch hat mich erwischt! Fisch hat dich erwischt! Fisch hat dich erwischt! Ich hatte nichts mehr... Um mich zu wehren! Ich bin schwarz! Schutzlos! Ja! Das Floß zerfällt! Oh Gott! Der Fisch kommt! Untergefallen! Nein! Der Floß! Oh Gott! Ich hab alles gesammelt! Holy Shit! Ich fahr damit ins Ziel! Oh! 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 Nicht ohne mich! Oh! Ich... Komm schnell! Komm doch! Oh nein! Ähm... Ich weigere mich! Guck mal, du hast einen Smiley aufm Bauch! Ja, ich die Wolke! Ja, ich die Wolke! Freut sie sich! Oh nein! Nein! Ich hab einen Parkläufer verpasst! Nein! Ich wusste, die eine Lücke war verdächtig! Gottdammit! Aber du warst tot in der Zeit! Das wär bestimmt ein Cheap Cheap Yoshi geworden! Ja, ich glaub auch! Ich glaub auch! Diese Folge nimmt ein trauriges Ende! Ja! Denn... Kein Yoshi Design! Wir haben kein Yoshi Design! Dafür haben wir diesen süßen Miiverse-Post. Der sogar selbst gezeichnet ist. Der ist richtig knuffig. Respekt dafür. Der ist richtig knuffig. Noch einen. Noch einen. Cool Game. Cool. Wir sehen uns zum nächsten Mal von... Keine Yoshi-Designs für uns. Weine nicht. Tschüss. Dein Lidschatten verschmiert. Weine nicht. Dein Make-up. Es läuft dir schon die Wangen runter. Aber meine Wolke ist immer glücklich. Manchmal fühle ich mich alleine. Doch dann schaue ich mir auf den Bauch. Und werde angelächelt. Aber wenn man von... Sie guckt traurig, wenn man runterguckt. Na, eigentlich, aber... Der Mund ist einfach nur oben. Ja. Hm. Auf dem Bild siehst du noch viel mehr Oemo aus. Wir sehen uns im nächsten Mal von Yoshi's Wodivorld. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018